Prominente Gäste kamen bei strahlendem Wetter zur Verleihung des Titels Miss German Sport Deutschland an Mandy Acksmann. Mandy, wir kennen dich ja von diversen Modenschauen. Wir haben dich ja oft schon bei uns in der Sendung gesehen. Nun ist heute was ganz Tolles passiert. Du hast einen tollen Titel bekommen. Erzähl uns mal was drüber. Ja, also ich bin selber sehr überrascht darüber. Also ich freue mich mega. Es ist für mich eine ganz, ganz tolle Auszeichnung, weil so einen Titel zu bekommen, auch in meinem Alter, ich bin ja nicht mehr die Jüngste, aber es ehrt mich halt sehr. Und hast du damit gerechnet? Hast du darauf hingearbeitet oder kam das jetzt völlig überraschend? Also ich habe sehr lange darauf hingearbeitet. Also meine Modelkarriere ist ja schon ein bisschen länger und ja, das ist so ein Mädchentraum und ja, den konnte ich mir jetzt erfüllen. Naja, also wenn man Germanist Next Topmodel so schaut, da bist du ja noch bei den ganz Jungen, muss man sagen. Ja, ja, also das Thema Diversity ist ja auch so ein Thema, sagen wir so. Und was halt schön ist, dass man halt in jedem Alter auch eine Chance hat, Miss German Sport Deutschland zu werden, ja, zum Beispiel. Ja, Mandy, nun machst du und auch dein Mann ja was Nützliches auch im Leben, wie wir gehört haben. Wir sind ja hier zu Gast in eurer Firma. Kannst du uns darüber mal was erzählen? Ja, genau. Also wir sind beide in der Heizungsbranche tätig. Ich bin im Außendienst und mein Mann ist eine Heizungssanitärfirma und wir beschäftigen uns halt sehr mit den erneuerbaren Energien. Wir gucken, wie man vorankommt, wie man die Energiewende halt irgendwie bestreitet. Und ja, da ist mein Mann der gute Ansprechpartner hier in Berlin. Er kennt sich aus, er kann die Leute unterstützen und Empfehlungen geben und beraten. Und ihr seid auch im Internet zu finden? Wir sind im Internet zu finden, auf Instagram, auf Facebook und er hat eine eigene Seite. Na dann kann man nur sagen, dann kann die Energiewende kommen und wir wünschen dir viel, viel Erfolg, sowohl bei der Energie- und natürlich bei der Modelkarriere. Vielen Dank. Ja, nun haben wir hier sogar zwei Models. Diejenige, die ihr den Preis überreicht habt und die Preisträgerin. Und ihr kennt euch ja auch schon recht lange. Erzählt mal ein bisschen was drüber. Genau. Ja, Mandy und Manu. Wir kennen uns bereits seit vielen Jahren von Fashion-Shows, sind schon zusammengelaufen, auch nebeneinander und international. Und sind natürlich auch gemeinsam in der MGSU-Familie. Wir sind sozusagen die Schwesterchen. Sie ist die kleine Schwester, ich bin die Große und wir haben sogar am selben Tag Geburtstag. Ja. Das wollen wir jetzt aber nicht verraten. Genau. Weil wir sind ja noch so jung. Wird eure Karriere jetzt gemeinsam auch weitergehen? Habt ihr was Gemeinsames vor? Auf jeden Fall. Von Fashion-Shows, Singen, Tanzen. Uns fällt bestimmt was ein. Alles Mögliche. Wir sind für alles offen. Wir sind für alles offen. Vielen Dank.